Ja, was du gerade gesagt hast, inwieweit würde es von Russland zu einer ausgeglichenen Berichterstattung kommen, ja gar nicht. Durch staatliche Kanäle wie Russia Today würde wahrscheinlich russische Kriegspropaganda verbreitet werden. Aber genau das wäre ja gut. Du hättest dann unsere Kriegspropaganda und die russische Kriegspropaganda gegenüberliegen und die Menschen würden dann wahrscheinlich verwirrt von diesen beiden extremen Sichtweisen, die ihnen gezeigt werden, zu neutraleren, zu sachlicheren Formaten wie diesem hier geraten. Also ich will uns jetzt nicht zu hoch heben. Zu sowas wie die Nachdenkseiten, zur, keine Ahnung, zur jungen Welt, zu Seiten in Deutschland, die sich nicht zu einer einheitlichen Parteilichkeit durchringen, sondern die ganz im Gegenteil sich einfach für Frieden, für Dialog aussprechen und neutral zu bewerten versuchen, welche Seite hat welche Interessen. Und dementsprechend glaube ich, dass man uns auch nur so leicht als pro-russisch framen kann. Ich meine, das ist ja ein Vorwurf, der immer wieder gegen uns kommt, dass wir Putins Propaganda betreiben würden oder so, weil die echte russische Propaganda hierzulande zensiert wird. Einerseits von den großen Tech-Konzernen und jetzt seit Beginn des Ukraine-Krieges auch durch direkte Zensur von der EU. Durch direktes Abschalten von Sputnik und Russia Today. Ich habe gestern ein Video von John Mörsheimer gesehen. Das war ein sehr aktuelles Video, wo er noch einmal über den Ukraine-Konflikt gesprochen hat. Und da hat er eben dann gesagt, dass der Großteil der Menschen Kriege sozusagen aus der, ja, über diese wertebasierte Weltordnung betrachten. Das heißt also, für die gibt es eben, ja, diese, dass, äh, die Gesetzmäßigkeit, also der gerechtfertigte Krieg existiert für die. Und Mörsheimer ist ja ein sogenannter Realist, Neorealist. Und, äh, er sieht das ganz anders. Und deswegen ist seine Erklärung, also können dieser Erklärung sehr wenige Menschen folgen und halten ihn dann halt auch für einen, äh, russischen Troll zum Beispiel. Und wenn man also quasi an Moral im Krieg oder bei der Kriegsführung glaubt, dann wird es halt schwierig, also dann, ja, dann wird es schwierig, dass Leute wirklich nach der Mitte suchen. Weil, wenn man in moralischen Kategorien denkt, beziehungsweise das Ganze aus der Perspektive der Moral betrachtet, ich glaube, dann möchte man sich einfach auf eine Seite schlagen. Ja, und das ist natürlich dann zum Beispiel jetzt in diesem Krieg, ist es natürlich die Ukraine, weil die Ukraine ja angegriffen wurde. Ja, ja, aber die Vorgeschichte, die wird dann wie üblich weggelassen. Also dieser eine moralische Akt, der ist dann das Schlimmste, was je geschehen konnte und das rechtfertigte Putin mit Hitler gleichzusetzen und andere Ungeheuerlichkeiten. Aber was in der Ukraine seit 2014 passiert ist, das wird einfach ignoriert. Dass man da einen demokratisch gewählten Präsidenten mithilfe des Westens weggeputscht hat und anschließend die russischsprachige Zivilbevölkerung im Osten massakriert hat, wenn sie es gewagt hat, gegen die neue Putschregierung in Kiew zu demonstrieren. Also bei den Massakern im Mai 2014 in Odessa und Mariupol beispielsweise. Also das sind alles Dinge, die dann in unserer Berichterstattung nicht vorkommen. Dass die Ukraine dann ihre Armee dahin geschickt hat, obwohl Russland und die Separatisten sich immer verhandlungsbereit gezeigt haben, nie darauf bestanden haben, dass die Separatisten zu unabhängigen Staaten wären, die Ukraine immer weiter auf Gewalt und auf Konfrontation gesetzt hat und versucht hat, diesen Konflikt militärisch zu entscheiden. Dann hat man dieses Minsk-Abkommen unterschrieben, also die zwei Minsk-Abkommen sogar. Und mittlerweile haben sogar Merkel, Macron und Poroschenko, also die drei westlichen Staatschefs, die daran beteiligt waren, der ukrainische, der deutsche und der französische, zugegeben, dass dieses Abkommen nur dazu diente, die Ukraine weiter hochzurüsten und für einen weiteren Krieg gegen Russland zu wappnen. Die CIA hat zahlreiche Geheimbunker in der Nähe der russischen Grenze betrieben, bis heute eigentlich. Also das ist ja vor kurzem erst ans Licht gekommen. Die USA hatten zahlreiche biologische Forschungseinrichtungen in der Ukraine. Academy, ehemals Blackwater, so eine US-seltene Firma, hat dort die Militarisierung der Ukraine im Geheimen vorangetrieben. Also die Ukraine, die war de facto schon eng in westliche Militärstrukturen eingebunden, die hat an zahlreichen westlichen Militärmanöver teilgenommen. Und das sind alles Provokationen gegen Russland. Und Russland hat 2021 noch dem Westen Verhandlungen über die Position der Ukraine angeboten. Die Antwort aus Washington war, über den Status der Ukraine gibt es nichts zu verhandeln. Russland hat dann schließlich im Februar 2022 Donetsk und Luchansk als unabhängige Staaten anerkannt. Die Antwort aus der Ukraine war, den Beschuss von Donetsk und Luchansk zu maximieren. Also der Westen hat immer auf Eskalation gesetzt. Aber das wird in dieser Geschichte vom bösen Russland und dem guten Westen, der ja nur für Freiheit und Demokratie kämpfen würde, beispielsweise durchs Wegputschen der demokratisch gewählten Regierung in der Ukraine 2014, das wird in dieser sehr einfachen Geschichte doch immer weggelassen. Ja, das ist ein sehr interessantes kleines Faktum, was ich heute entdeckt habe, war zum Beispiel, dass man noch 2021 dem Präsidenten Zelensky vom österreichischen Gewerkschaftsbund vorgeworfen hat, dass er im Grunde genommen eine neoliberale Politik betreibt und die Arbeiter immer weiter entrechten wird. Also der hat da schon 2021 ein Gesetz sozusagen vorbereitet, was sozusagen den Arbeitsmarkt flexibilisieren sollte. Und sie haben es dann 2022 auch schließlich durchgesetzt, aber es war schon 2021 eben in der Vorbereitung und dafür wurde Zelensky kritisiert. Da war er sozusagen ein fieser Neoliberaler. Und ja, heute sieht man ihn natürlich dann im allergrößten Teil des Westens als einen Freiheitskämpfer, also einen aufrechten Streiter für sein Volk. Da entdeckt man den Nationalismus auf einmal wieder. Ein aufrechter Freiheitskämpfer und Demokrat, der zahlreiche Oppositionsparteien auf einmal hat verbieten lassen, der Oppositionelle verfolgen und jahrelang ins Gefängnis sperren lässt und mittlerweile alle demokratischen Wahlen abgesagt hat, so wie die Medien hat gleichscheiden lassen. So ein wahrer Freiheitskämpfer. Das Vertrauen der Ukrainer in die Medien ist in der gleichen Zeit übrigens kollabiert. Zu Kriegsbeginn vertraut noch rund zwei Drittel der ukrainischen Bevölkerung den Medien, jetzt nur noch rund ein Drittel. Also die Unterstützung für die, wie gesagt, gleichgescheiterte Staatspropaganda, die es in der Ukraine gibt, das ist jetzt keine Übertreibung von mir. Es läuft wirklich überall der gleiche Telemarkton, der den Ukrainern die ganze Zeit vorgaukelt, sie stünden kurz vor dem militärischen Sieg. Und ja, in diese Propaganda haben die Ukrainer, weil sie eben so wenig mit der Realität zu tun hat, auch kein Vertrauen mehr. Und da ist es doch sehr interessant, was du gerade angesprochen hast. Die Wirtschaftspolitik der Post-Meidam-Regime, also sowohl von Poroschenko als auch von Zelensky, war katastrophal für die ukrainische Bevölkerung. Die Rentner wurden verarmt, die Wirtschaft ist weiter abgeschmiert, die Ukraine hatte andauernd Leistungsbilanzdefizite, hat sich also im Ausland weiter verschuldet und war von westlichen Geldgebern, also von institutionellen Geldgebern, von der EU und von der Wall Street abhängig. Also wer gibt der Ukraine ihre Kredite, wenn Russland das nicht mehr macht? Große Banken aus Westeuropa oder aus Nordamerika. Die haben davon profitiert, dass die Ukraine immer enger in den westlichen Machtblocking eingezogen wurde, während das für die ukrainische Bevölkerung ökonomisch ein einziges Desaster war. Währenddessen ist das Land weiter ausgeblutet und hat nach und nach immer mehr Bevölkerung verloren, was jetzt durch den Krieg nochmal viel, viel schlimmer geworden ist. Also es ist ja sehr interessant, die ukrainischen Rentner, die jetzt plötzlich durch diesen Krieg Russen geworden sind, also die in Kherson oder Saponischia oder im größten Teil von Luhansk gewohnt haben bisher, die haben jetzt, wenn sie in Russland wohnen, eine deutlich höhere Rente, als sie vorher in der Ukraine hatten, weil die Post-Maldan-Regime eben alles dafür getan haben, um die Reste des ukrainischen Sozialsystems, die es noch gab, zu zerschlagen. Tausende Menschen sind in den Wintern, nachdem Maidan-Putsch, in ihren Wohnungen erfroren, weil die Gaspreise so explodiert sind. Also vorher hat die Ukraine ja noch billiges Gas aus Russland bekommen. Nach dem Maidan-Putsch hat Russland gesagt, nee, gibt kein billiges Gas mehr. Der Westen hat gesagt, okay, ihr müsst die Gaspreise erhöhen. Das hat dann halt die Bevölkerung zu zahlen. Also das sind alles Dinge, über die wurde hierzulande am Rande berichtet, aber nicht groß. Und wenn du es heutzutage erzählst, dann ist das ja sowieso alles böse russische Propaganda. Ja, das waren vor allen Dingen ja auch, vieles waren Auflagen vom internationalen Währungsfonds. Also das heißt, das Kürzen der Subventionen für Gas, weil in der Ukraine wurde und wird wahrscheinlich immer noch sehr viel mit Gas geheizt oder generell als Energie verwendet. Und dieses Gas wurde aus Russland importiert. Und auch die, ja, für damalige Verhältnisse wohl großzügigen Renten, das war auch einer der Punkte, wo der internationale Währungsfonds in den Letters of Intent, also das heißt diesen Bedingungskatalog für die Vergabe der Kredite, immer wieder gesagt hat, ja, da müsst ihr kürzen. Das muss runter. Davon weniger. Also das heißt, das waren eher marktkonforme Maßnahmen, die da verlangt wurden. Und ja, das hat natürlich dann auch Eugen für die Zivilbevölkerung, ganz klar. Willst du ja gerade sagen, der internationale Währungsfonds hat die souveräne Wirtschaftspolitik der Ukraine beschnitten, und zwar viel stärker, als es Russland vorher getan hat, als die Ukraine noch ein russischer Verbündeter war? Ja, man könnte sagen, also die sind da seit 1992 sehr, sehr stark dabei. Also sie haben ja sogar einen Kredit vergeben, der überhaupt nicht zurückgezahlt werden muss. Da hängen nicht einmal irgendwelche Bedingungen dran. Aber generell ist der internationale Währungsfonds, glaube ich, so einer der Hauptgeldgeber der Ukraine überhaupt. Und wir haben ja im Brotfunk, ich glaube, das war vor einem Jahr oder so, auch eine, hatten wir einen Auftritt bei Erwin, und da ging es eben um den internationalen Währungsfonds, die Weltbank und Ukraine. Und das, also ich hatte da ganz, ganz viele Letters of Intent mir auch angeschaut, und das war einfach immer wieder, das waren immer wieder Kürzungen im öffentlichen Dienst, bei den Pensionen, bei den Subventionen. Das waren Öffnungen der Märkte und so weiter, Privatisierungen. Also das heißt, die, ja, die Wirtschaftspolitik der Ukraine ist sehr, sehr stark eben, ja, man könnte sagen, per Proxy von den USA gesteuert, aber auf jeden Fall sehr stark vom IWF beeinflusst. Ja, und im IWF, du hast gerade schon die USA angesprochen, da haben die USA als einziges Land ein Vetorecht. Ja, also sie haben 16 Prozent der Stimmen, und alle Entscheidungen müssen mit 85 Prozent der Stimmen getroffen werden. Das heißt, wo die USA nicht zustimmt, das wird auch nicht umgesetzt. Ja, das ist doch sehr interessant, und dieses IWF-Standardrezept, das wurde bis heute nicht groß verändert. Und währenddessen haben sich vor allem beschleunigt, seit 2014 internationale Finanzinvestoren, die öffentliche Infrastruktur der Ukraine und vor allem die wertvollen Agrarflächen unter den Nagel gerissen. In der Ukraine ist es ja verboten, Land an ausländische Investoren zu verkaufen. Das hat man dann durch 99-jährige Pachtverträge umgangen. Also die internationalen Investoren wie Kagel, die kaufen dann nicht Ackerland, sondern die pachten es für 99 Jahre. Ist de facto fast genauso, wie wenn es verkauft werden würde, aber ja, so kann man halt dieses ukrainische Gesetz umgehen. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum der Westen alles dafür getan hat, dass die Ukraine weiter in den westlichen Marktbord gezogen wird, warum der Westen nicht bereit ist, einen neutralen Status der Ukraine zu akzeptieren. Man hat russisches Kapital dauerhaft aus diesem Land verdrängt und hätte, glaube ich, gerne, dass das so bleibt. Ja, also die Ukraine hat, glaube ich, 25 Prozent der weltweit vorhandenen sogenannten Barzenerde befindet sich dort in der Ukraine. Und auch Stahl, soweit ich weiß, also die Eisenerz zur Stahlgewinnung. Und je nachdem, wie viel nach der Entminung und so weiter, also nach diesem furchtbaren Krieg noch übrig bleibt, ist einfach, die Ukraine ist die Kornkammer der Welt. Und da nicht, also da wird natürlich ordentlich mit lokaler Korruption mitgeschnitten, aber auch der Westen kann sich das einfach nicht entgehen lassen. Ja, also das ist viel zu lukrativ und eben fast vor der Haustür war. Du hast lokale Korruption angesprochen und das ist tatsächlich auch sehr interessant. Die Ukraine ist eines der korruptesten Länder Europas. Das spielt auch jüngst bei der Offensive vor Kharkov eine große Rolle. Dort wollte das ukrainische Militär für 800 Millionen Euro neue Verteidigungsanlagen errichten und als die Soldaten da angekommen sind, waren keine Verteidigungsanlagen da. Es sollten drei Linien errichtet werden. Die dritte Linie sollte von Subunternehmern errichtet werden. Die waren nicht da. Die Subunternehmer, die werden jetzt angeblich zur Rechenschaft gezogen. Aber die ersten zwei Linien, die sollten vom ukrainischen Militär errichtet werden. Das heißt, irgendwelche Beamten im Militär, die haben sich da offensichtlich westliche Hilfsgelder am Wert von 800 Millionen Dollar unter den Nagel gerissen, was die russischen Vorstöße vor Wovchansk und Lipsi erst ermöglichte. Ja, es gibt, ich glaube, es gibt sogar Bilder im Internet, die man finden kann, wo eben diese Drachenszene, also diese Panzersperren, einfach in einem Waldstück abgeladen wurden. Die haben sozusagen die Front nie erreicht, sondern das hat jemand einfach nur wirklich mit dem LKW Ladefläche auf und weg damit. Ja, ja, das, sorry. Natürlich das, was nicht geliefert wurde, ja, das ist jetzt in liquider Form in den Taschen von irgendwelchen Leuten, die sich das unter den Nagel gerissen haben, ja. Ja, das liegt jetzt auf Zypern beziehungsweise in der Schweiz, also da, wo so ein Geld gerne mal landet. Es war auch sehr interessant, es gab schon vor einiger Zeit einen Bericht darüber, dass das Pentagon bei 59 Prozent der gelieferten Waffen in die Ukraine keine Ahnung hat, wo die sich befinden. Also das sind offizielle Zahlen des Pentagons. Diese Waffen könnten sich jetzt zu einem Guteil auf den Schwarzmärkten dieser Welt rumtreiben. Israel ist eines der wenigen Länder, dass der Ukraine keine Waffen liefert, aber nicht, weil Israel irgendwie ideologische Probleme damit hätte oder für Frieden wäre oder so. Nein, Israel hat Angst, dass die Waffen, die man an die Ukraine liefert, in ein paar Monaten bei der Hamas auftauchen, weil man weiß, wie korrupt die Ukraine ist. Also das ist alles kein Scherz. Ja, ja, also man ist, einer der bekanntesten Fälle ist ja auch, das sind die circa 36 Millionen Euro, die da verloren gegangen sind, weil ein Offizieller sich einfach die, eine Lieferung über, ich glaube, 100.000 Smörsergranaten, der sind halt nie Granaten gekauft worden, sondern das ist halt in seinem Geldbörserl eingeschlagen. Und einer, ein verurteilter, ein verurteilter, ja, Waffenhändler, den Zelensky selbst als kriminell und korrupt bezeichnet hat, der ist aktuell der größte Waffenhändler bzw. Dealer in der Ukraine. Also der ist für sehr, sehr viel Import von Waffen zuständig. Ja, also ganz, ganz schnell hat man ihn rehabilitiert, weil, hey, du verstehst was vom Geschäft mit Waffen, auch wenn du korrupt wie sonst was bist. Wenn du die richtigen Beziehungen hast, dann sind halt manche Sachen nicht so schlimm. Und wie gesagt, die Ukraine ist eines der korruptesten Länder Europas. Das hätte man vorher wissen können, bevor man da diese ganzen Waffen hingeliefert hat, dass die eventuell morgen früh bei Akteuren auftauchen könnten, von denen wir nicht wollen, dass sie diese Waffen haben. Aber gut, jetzt hat man diese Waffen halt geliefert. Da ist die Frage, warum hört man das in den Öffentlich-Rechtlichen nicht? Warum hört man das in den großen Medien nicht, was wir gerade alles erzählt haben? Tja, weil dies natürlich die Unterstützung der Bevölkerung sehr stark reduzieren würde, weil, so wie man ja schon Probleme damit hat, wenn Transferleistungen an faule Menschen gehen, hat man natürlich auch ein Problem damit, wenn Waffenlieferungen gar nicht die tapferen, blau-gelben Leute erreichen, sondern ganz woanders sind. Oder gar nicht erst zu Waffen werden. Ja, und ja. Das will man sich natürlich ersparen.